Moin moin Leute, heute mal so eine kleine Info für euch und zwar meinen, ich habe jetzt einen neuen Kanal und zwar den Co-Reaction-Kanal, Link findet ihr natürlich in der Beschreibung, ist der Link in der Beschreibung, dort erwarten euch wöchentlich Musikreactions, halt Freitag, Samstag, Sonntag die meisten, das erste Video ist auch online, ich verlinke euch wahrscheinlich so das Video, dann habe ich einen neuen Videoplan und zwar, Videos kommen halt weiterhin täglich, Streams kommen jetzt unregelmäßig, die kommen jetzt nicht mehr am Wochenende, die kommen immer wieder zwischendurch, ich Zeit habe, falls ein Video nicht kommt, an einem Tag kommt eigentlich immer ein Stream jetzt, stattdessen als Ersatz, dann natürlich, es gibt jetzt eine festgelegte Reihenfolge, also den einen Tag kommt Red Dead Redemption Let's Play, danach kommt ein General Fall Order Let's Play und dann kommt ein Lego City Undercover Let's Play, Freitags kommt wie gewohnt natürlich Tuning Freitag, kommt bald auch, ab nächster Woche wieder online, jeden Freitag eigentlich, ab und zu kommen auch andere Videos, die unterbrechen dann die Reihenfolge, aber die Videos dann nicht ersetzt oder so, das wollte ich euch nur teilen, ja auf jeden Fall gerne den Link in der Beschreibung, abchecken zu dem Kanal und tschau Leute!